Vor allem 13, hier ist Sergeant Sebastian Castellanos. Was ist da los? Äh, unbekannt. Wird geprüft. Puh, was meint ihr mit unbekannt? Äh, macht schnell. Zum Teufel sind alle. Keine Waffen mehr in den Autos. Keiner hier, der Meldung machen könnte. Es stinkt. Widerlich. Riecht wie Blut. Okay, bleibt wachsam. Polizei! Ist da jemand? Das ist unfassbar. Es war ruhig. Ja, was? Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017